Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns ein paar Tipps an, wie du dein Spanisch erfolgreich verbessern kannst. Hierfür sehen wir uns zunächst einmal an, auf welchen Säulen Spanisch aufgebaut ist und sehen uns daraufhin an, wie dir unser Kanal dabei hilft. So steht die spanische Sprache auf vier Säulen, zum einen den Vokabeln, zum anderen der allgemeinen Kommunikation, also dem Sprechen und dem Hören, der Grammatik und dem Texteschreiben. Für die ersten zwei Säulen empfiehlt es sich, sobald man einen Grundwortschatz besitzt, Zeit in der Freizeit mit dem Spanischen zu tun zu haben. Dies könnte zum Beispiel das Sehen von Filmen oder Serien auf Spanisch sein oder aber auch das Unterhalten mit den Freunden und Klassenkameraden auf Spanisch. Für die zwei letzten Säulen können wir dir jedoch direkt helfen. Und zwar haben wir zum einen zahlreiche Playlists zur spanischen Grammatik, zum Beispiel zum Konjugieren von Verben oder den spanischen Pronomen, als auch eine Playlist, wie man gute spanische Texte schreibt. Viel Erfolg und Spaß beim Lernen!